Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, sofern im Saal, herzliche Begrüßung zu unserer migrationspolitischen Konferenz Migration gut regeln, Zusammenhalt gestalten. Ich bin Lars Castellucci, ich bin der Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration und ich begrüße Sie und euch aufs Herzlichste, auch im Namen meiner Sprecherinnen und Sprecherkollegen. Da vorne sitzen zwei von Ihnen, Hakan Demia, Gülistan Yüksel und Rasha Nasa. Herzlich willkommen. Ich begrüße zuerst alle Gäste, denn sie sind, ihr seid uns gleichermaßen wichtig. Wir haben einen Verteiler, an dem wir heftig arbeiten, dass er anwächst, dass wir die Menschen im Land erreichen können, die sich seit Jahrzehnten für die Themen engagieren oder sie selbst erleben, erleiden, um die es heute gehen soll, die daran arbeiten, dass es in unserem Land immer besser wird. Und so haben wir Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, von Kommunen bis hin zu kleinen Initiativen und Projekten aus Wahlkreisen heute hier. Ganz wichtig, die Praxis, die Leute, die uns auch den Spiegel vorhalten können. Seien Sie uns alle aufs Herzlichste willkommen. Es hat sich was verändert im Vergleich zur letzten Konferenz. Wir regieren. Da kann man auch mal klatschen. Und zwar nicht im Beiboot. Sie haben es ja, ich will darüber gar nicht so viel reden, aber Sie haben es ja mitbekommen, dass es natürlich gerade bei unseren Themen schwer ist, eine Politik aus einem Guss hinzubekommen, wenn die beiden Partner, die regieren, so diametral gegeneinander stehen. Das hat sich nun fundamental verändert. Und wir haben jetzt eine Innenministerin, die sich mit voller Kraft unserem Themenfeld widmet. Es ist Nancy Faeser. Sie ist heute unter uns. Herzlich willkommen, liebe Nancy. Sie. Und ich mache das jetzt ganz absichtlich nicht wieder dieses Am-Ende-Applaus für alle, weil ihr habt alle einen einzelnen großen Applaus verdient. Das sage ich jetzt schon mal als kleine Anleitung. Im Beisein jetzt deines Staatssekretärs auch, Mahmoud Özdemir, Staatssekretär im Innenministerium, Herzlich willkommen. Unsere Staatsministerin Riem al-Abali-Radovan aus dem Bundeskanzleramt ist da. Herzlich willkommen. Es ist auch nicht ganz selbstverständlich, obwohl wir im Fraktionssaal der SPD sind, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und wie er immer zu Recht und mit Gewicht sagt, der größten 206 Personen zählenden Fraktion hier im Deutschen Bundestag anwesend ist. Lieber geschätzter Rolf Mützenich, schön, dass du bei uns bist. Draußen noch unter Beschlag, aber auch bei uns ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Özdemir. Sie kommt gerade rein und kriegt den Applaus jetzt gerade noch mit. Herzlich willkommen. Und eins möchte ich mir noch herausnehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte die Grande Dame der SPD begrüßen, die auch nicht müde wird, uns zu Innovationen in der Flüchtlingspolitik anzutreiben. Herzlich willkommen, Gesine Schwan. Wir sind stolz und froh, Ihnen und euch kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner heute bieten zu können, mit denen man in den Dialog treten kann. Von denen, die noch nicht genannt sind und dann weiter in den Workshops und hier vorne dann aktiv sein werden, begrüße ich sehr herzlich den innenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Hartmann. Zu uns kommt Deria Türk-Nachbauer aus dem Menschenrechtsausschuss. Schon anwesend ist Helge Lindh, Kollege aus dem Innenausschuss und praktisch Berichterstatter für alles, was wir heute hier verhandeln. Und Sie sind zusammen mit der Sozialstaaträte in der Stadt Dortmund, Birgit Zörner, später in einem Workshop. Liebe Birgit, auch dir ein herzliches Willkommen. Ich habe dich noch nicht persönlich. Ganz hinten hat sie Platz genommen. Unter uns ist die Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Katrin Hirseland. Herzlich Willkommen. Der Oberbürgermeister von Bielefeld, Pitt Clausen. Herzlich Willkommen. Und wir sind auch weiterhin hochrangig wissenschaftlich vertreten. Zu uns werden Stoßen, Naika Foroutan und Aladin El Mafalani. Das verspricht wirklich eine interessante Tagung, hier zu werden. Und ich möchte gerne Ihnen sagen, dass es eine große Einladung an Sie alle sein soll, mitzuwirken, zu beraten zu den schwierigen Fragen, die uns gestellt sind. Wir haben konkrete Gesetzesvorhaben bereits auf den Weg gebracht. Weitere werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Diese ganz konkreten Vorhaben wollen wir Ihnen vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Aber es geht eigentlich um vier große Fragen. Und diese vier großen Fragen verlangen, dass viele mitdenken und viele mittun, dass sich etwas bewegt. Und es wird auch nicht alles alleine in Deutschland bewegen können. Aber es braucht immer auch einen Motor, der etwas bewegen möchte. Und dieser Motor, auch in Europa, der möchten wir sein. Die erste Frage ist, wie wir zu mehr Recht und Ordnung kommen können in Migrationsgeschehen. Wir haben mit gutem Grund Migration gut Regeln auf die Einladungskarte geschrieben. Weil noch immer sterben zu viele Menschen auf den Wegen, die sie wählen müssen, weil sie keine Alternativen für sich sehen. Wie können wir das verbessern? Dann haben wir die große Frage der Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Wir haben jetzt Krieg. Wir haben Lieferkettenschwierigkeiten. Es sind ganz viele Probleme und Herausforderungen, die sich dieser Regierung stellen. Aber der Fachkräftebedarf oder eigentlich mittlerweile schon offensichtlich der Arbeitskräftebedarf ist unübersehbar eine der Wachstumsbremsen in unserem Land. Wir wollen ihn beheben. Wir wollen ihn lindern. Nicht auf Kosten von den heimischen Potenzialen, aber im gleichen Rang. Denn wir sind auf Einwanderung angewiesen, um unseren Wohlstand in Deutschland zu halten. Wie gelingt uns das, die Arbeitskräfte zu gewinnen, die wir hier im Land brauchen? Wie können wir attraktiv sein? Wie können wir das schaffen, dass die richtigen Informationen schnellere Wege gehen, wie die Informationen, die von der falschen Seite unterwegs sind? Das sind die Fragen zur Migration, die uns umtreiben und wo wir an Lösungen arbeiten. Und dann passiert das, was hier im Land stattfinden soll, was manchmal Integration genannt wird. Und auch unsere Arbeitsgruppe heißt schon traditionell, ich blicke zu EIDA an, Migration und Integration. Wir haben das noch nicht verändert, weil natürlich das ganze Land über Integration spricht. Aber ganz persönlich möchte ich Ihnen sagen, ich mag den Begriff nicht. Ich mag ihn nicht. Jetzt mag ich ihn nicht. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass er immer mit erhobenem Zeigefinger gesprochen wird oder jedenfalls da leicht dafür verwendet werden kann. Nach dem Motto, da sollen sich mal die, die dazukommen, ordentlich integrieren. Und wenn sie das ordentlich tun, dann irgendwann dürfen sie hier voll dabei sein. Nein, Teilhabe von Anfang an, Arbeitssprache, Bildung, Begegnung von Anfang an, das ist das, was wir erreichen wollen. Und deswegen sollten wir das gute Ankommen der Menschen in diesem Land, auf welchen Wegen und wie immer und zu welchem Zweck sie zu uns kommen, besser organisieren. Nancy Faeser hat es in einer ihrer Bundestagsreden so formuliert, wir sind ein Einwanderungsland, jetzt wollen wir ein gutes Integrationsland werden. Und daran wollen wir arbeiten, dieses gute Integrationsland sein, das den Menschen ein gutes Ankommen mithilft zu organisieren. Aber dann, wenn sie da sind, worum geht es dann? Und das ist für mich das, womit ich Integration am liebsten umschreibe, dann geht es um das gute Zusammenleben aller Menschen in diesem Land. Und wir hatten Pandemie, wir haben Ungleichheit, wir haben viele soziale Fragen, die offen sind im Land. An dem guten Zusammenleben, da müssen wir ganz intensiv arbeiten, vieles nachholen von Wohnraum über Bildungsgleichheit, viele Themen, an denen wir arbeiten müssen, die ja mit der Herkunft von Menschen gar nichts zu tun haben, sondern damit, dass wir zu gleichen Lebensbedingungen in diesem Land beitragen wollen. Das sind die Fragen, die sich uns stellen. Die konkreten Vorhaben wollen wir heute mit ihnen diskutieren. Wir sind interessiert an ihrer Meinung, interessiert an ihren Beiträgen, interessiert an Zusammenarbeit. Denn es wird am Ende nur gehen, wenn wir in diesem Land, Bund, Länder, Kommunen, Haupt-, Ehrenamt, Zivilgesellschaft, kraftvoll, offen, warmherzig miteinander arbeiten. Ich wünsche uns eine gute Tagung und freue mich, dass jetzt Rolf Mützenich das Wort ergreift. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der SPD-Bundestagsfraktion und liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich ganz herzlich für Ihr Kommen bedanken. Für uns ist das eine große Ehre und auch letztlich große Verpflichtung, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in diesen Tagen, in diesen Wochen an einem herausragenden Thema zu arbeiten. Aber am Anfang möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei dir, Lars, bedanken, auch stellvertretend für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wer es noch nicht weiß, Lars Castellucci führt, seitdem er stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses ist, die Sitzungen des Innenausschusses, weil wir eben nicht wollen, dass ein AfD-Parlamentarier Vorsitzender des Innenausschusses ist. Wir wollen nicht die braune Brut genau an dieser Stelle sitzen haben. Und deswegen möchte ich noch mal sehr deutlich sagen, vielen Dank dafür, Lars, dass du das tust. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, aber es tut der Demokratie und insbesondere der parlamentarischen Demokratie sehr gut. Vielen Dank dafür. Und wenn ich Sie hier im Otto-Wähls-Saal begrüße, dann in der Tat, Lars hat bereits darauf hingewiesen, hier sitzen 206 stolze Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, davon 104 neue Mitglieder und davon wieder einige Mitglieder, die Sie auch hier sehen, die durchaus auch eine Migrationsbiografie mitbringen. Hier in Deutschland geboren, aber eben auch mit ihren Familien zugewandert und letztlich eben auch Trägerinnen und Träger der Demokratie. Und ich bin auch sehr stolz, dass Sie in den vergangenen Legislaturperioden, aber auch gerade jetzt an der großen Herausforderung mit vielen anderen zusammen mitarbeiten. Nämlich nicht nur, dass wir ein offenes Land sein wollen, sondern dass wir unter den Aspekten des Rechts, der Ordnung, aber insbesondere auch der Pluralität und der Offenheit und ich sage es auch für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch der Sozialpolitik gerne hier etwas gemeinsam schaffen wollen, was eine große Herausforderung nicht nur ist, sondern was wir gerne auch schon früher hätten anpacken wollen. Und Gesine weiß das. Wir haben schon in den vergangenen Jahren immer wieder alles dafür getan, mit anderen Koalitionspartnern weiter voranzukommen. Und leider ist uns das nicht so in dem Maße gelungen. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt eben auch den Bundeskanzler stellen, aber insbesondere auch die Ressorts, die an diesen Stellen sehr intensiv und auch sehr zukunftsgerichtet arbeiten. Und zum Zweiten möchte ich auch gerne hier daran erinnern, dass gerade auch die Fragen, die wir heute auf dieser Konferenz behandeln wollen, im Schnittpunkt auch der Koalitionsverhandlungen gestanden haben. Uns war eigentlich klar und die Wege der Koalitionspartner waren unterschiedlich weit gewesen, dass das eines der Themen ist, was dann auch am Ende dieser Legislaturperiode zeigen soll, dass das nicht irgendwo ein Zufall ist, sondern dass es auch gewünscht ist, politisch gewünscht ist, gerade auch in diesen Themen. Und ich finde, das, was der Koalitionsvertrag zeigt, spricht auch für das Thema, spricht auch heute für die Konferenz. Umso bedauerlicher empfinde ich es, wenn der ein oder andere Koalitionspartner wichtige Themen nutzt, um andere Dinge auch vielleicht für sich wieder voranzutreiben. Das passt nicht so richtig und wir versuchen in diesen Stunden und auch in diesen Tagen diejenigen davon zu überzeugen, wenn sie mit uns gemeinsam in dieser Koalition angetreten sind, genau dieses Thema auch stark zu machen. Und das hat es verdient. Und ich will Ihnen sagen, ich habe jetzt einige Jahre auch im Deutschen Bundestag mitarbeiten dürfen und darf jetzt eben auch für die Fraktion, für diesen Zeitraum auch die Fraktion führen. Und nicht nur, dass das ein wichtiges Thema für die Politikerinnen und Politiker ist, die hier sind, sondern ich will Ihnen auch sagen, ich hatte das Glück, in der Außenpolitik sehr früh aktiv zu sein. Und ich bin immer wieder auch von den Ländern darauf angesprochen worden, wie viele Menschen eigentlich auch nach Deutschland kommen wollen. Auch die deutsche Staatsangehörigkeit für sich auch gerne wünschen. Nicht nur, weil sie hier leben wollen, weil sie hier arbeiten wollen, sondern weil sie auch eine Demokratie unterstützen wollen, die nämlich aus der Pluralität heraus eben auch besteht. Und deswegen will ich auch nochmal sagen, ist das auch ein ganz wichtiges Zeichen für unsere Regierungsarbeit. Und wenn ich einen persönlichen Aspekt nennen darf, so hat es mich gefreut, dass Birgit Zörner nachher hier auch ist. Das wird niemand wissen. Natürlich Birgit weiß es. Wir haben mal zusammen im Arbeitsministerium in Nordrhein-Westfalen, ich glaube sogar noch unter Hermann Heinemann zusammengewirkt, aber dann insbesondere unter Franz Müntefering. Und wir waren durchaus bestrebt gewesen von Seiten der Exekutive, aber dann natürlich auch mit der Legislative, damals auch den ersten parlamentarischen Ausschuss für diese Arbeit auf den Weg zu bringen in einem Landtag. Und auch das, glaube ich, war ganz wichtig und stand auch Nordrhein-Westfalen gut zu Gesicht. Und meine Damen und Herren, am Ende will ich sagen, ich bin sehr froh, dass jetzt gleich Nancy Faeser zu Ihnen, zu uns sprechen wird. Nancy, die in unseren Reihen von Anfang an und damals, ich will keine großen Geheimnisse verraten, aber spontan und sehr schnell eben auch gesagt hat, ja, sie freut sich auf das Amt der Innenministerin, weil sie eben wusste, was sie aus ihrer Erfahrung aus Hessen dort wird einbringen können, wie wichtig das gewesen ist. Und deswegen, Nancy, bin ich dir sehr dankbar, dass du in den vergangenen Monaten und auch in den nächsten Monaten nichts unterlassen wirst, mit deinen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ministerien für diese Themen auch zu arbeiten. Und deswegen will ich sehr deutlich sagen, wer das Thema kann, die kann auch Ministerpräsidentin in Hessen. Und deswegen, finde ich, freut es mich sehr, dass du jetzt das Wort nimmst. Ich wünsche ihnen viel Erfolg. Wir sind gleich noch im geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Deswegen bin ich gleich leider nicht die ganze Zeit hier auf der Konferenz. Ich hoffe, dass sie mir das verzeihen werden. Wir stehen am Anfang einer Sitzungswoche. Auch da werden wir wieder Themen behandeln. Aber ich bin sicher, sie werden sehr gute Diskussionen, sehr gute Ergebnisse finden. Und ich bin sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen davon noch lange hier im Fraktionssaal, im Otto-Wählssaal auch berichten werden. Glück auf. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, meine Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Rolf Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion. Lieber Rolf, ich fühle mich auch sehr wohl bei euch, wenn ich das dann nochmal betonen darf und möchte auch noch möglichst lange mit euch viel auf den Weg bringen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hierher gekommen sind zur Konferenz der Bundestagsfraktion und ich bin den Sprecherinnen und Sprechern, insbesondere dir, lieber Lars Castellucci, für deine Arbeit, aber auch Helge Lindh sehr, sehr dankbar, weil wir sehen, dass ihr mit Herzblut dieses Thema, was für uns alle so wichtig ist, die wir heute hier sind, bearbeitet und für die Menschen was erreicht. Weil Migrationspolitik ist auch eine Frage der Haltung. Und dass man in einer Fortschrittskoalition wie der SPD mit den Grünen und der FDP dieses auch sieht, haben wir, glaube ich, in den letzten Monaten gezeigt, meine Damen und Herren, es braucht einen Bewusstseins Wechsel an erster Stelle. Und dann, bin ich sicher, werden uns die anderen Themen auch gemeinsam gelingen. Zuallererst möchte ich Ihnen allen, die heute hierher gekommen sind, ein großes Dankeschön aussprechen. Weil Sie arbeiten in einem Bereich, den Sie nicht als Beruf gewählt haben, sondern als Berufung. Und die meisten von Ihnen machen das ehrenamtlich, neben Ihrer Arbeit, neben Ihrer Familie. Und bringen sich für andere ein und haben für viele Menschen in Deutschland schon sehr viel erreicht. Sie haben Ihnen das Ankommen erleichtert. Sie helfen im Ausland, wo Not ist. Sie geben unglaublich viel von sich selbst für andere. Und deswegen würde ich zu Beginn dieser Veranstaltung gerne, dass Sie sich selbst einmal klatschen und danken für Ihre wertvolle Arbeit. Meine Damen und Herren, ein Viertel aller Menschen in Deutschland haben den sogenannten Migrationshintergrund. Bei Kindern ist es sogar ein Drittel. Und deshalb ist eine moderne und offene Einwanderungs- und Integrationspolitik zentral für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und auch für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Diese Regierungskoalition hat deshalb bewusst gesagt, wir brauchen einen Neuanfang in der Migrationspolitik. Einen Neuanfang, der einer moderne Einwanderungsgesellschaft gerecht wird. Mit diesem Ziel sind wir angetreten und wir arbeiten seit einem Jahr mit aller Kraft daran. Einige Schritte sind wir auf diesem Weg auch schon vorangekommen. Zum Beispiel haben wir in kürzester Zeit und ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, als wir in diese Koalition eingetreten sind, dass wir wenige Monate danach einen Krieg wieder mitten in Europa haben werden. Und ich finde, dass uns das in dieser Koalition aber auch mit allen von Ihnen außerordentlich gut gelungen ist, über einer Million geflüchteter Frauen und Kinder aus der Ukraine hier eine vorübergehende oder auch dauerhafte Heimat zu gewährleisten. Und auch dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich. Wir haben aber uns nicht nur auf die Bewältigung all der vielfältigen Themen und das sind in meinem Arbeitsbereich noch eine ganze Menge mehr, der aus dem furchtbaren Angriffskrieg Putins in der Ukraine resultiert. Wir haben aber weiterhin an unseren Migrationsvorhaben gearbeitet, weil ich habe es eingangs gesagt, dass es eine Frage der Haltung ist, ein modernes, offenes Einwanderungsland auch zu gestalten. Und deswegen haben wir gleichzeitig das Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht, was schon zeigt, dass wir einen Paradigmenwechsel wollen, dass wir Menschen, die hierher gekommen sind, neue Chancen geben, damit sie auch dauerhaft hier bleiben können, meine Damen und Herren. In diesem Jahr werden wir diesen Weg konsequent weitergehen. Wir gestalten Einwanderungen nach Deutschland aktiv. Wir befreien das Migrationsrecht von bürokratischen Hürden und wir sorgen dafür, dass Menschen, die zu uns kommen, gute Chancen bekommen, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen und sich in unsere Gesellschaft einbringen können. Dafür brauchen wir so viel enge Verbündete wie möglich und deswegen danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute alle hierher gekommen sind, um mit uns über den besten Weg dahin zu ringen. Und ich glaube, darum geht es. Ich verantworte in meinem Haus diesen Neustart in der deutschen Migrationspolitik. Hier liegen die zentralen Zuständigkeiten, aber ich habe eine starke Kämpferin im Bundeskanzleramt sitzen und das ist die Staatsministerin Alaba Ali Radovan. Liebe Riem, nochmal ganz herzlichen Dank für die enge Zusammenarbeit. Ich glaube, dass wir gemeinsam ganz viel auf den Weg bringen werden. Und uns beiden ist es von Anfang an sehr wichtig gewesen, einen Paradigmenwechsel nämlich herbeizuführen für eine geregelte Einwanderung nach Deutschland und für eine erfolgreiche Teilhabe in Deutschland. Ich habe den Anspruch, unser Land zu modernisieren und alte Blockaden aufzulösen. Dazu gehört erstens klar und deutlich zu sagen, was ist. Deutschland war und ist ein Einwanderungsland. Menschen kommen nicht nur zu uns, um Schutz vor Krieg und Verfolgung zu suchen. Nein, sie kommen auch hierher, um eine neue berufliche Perspektive zu finden, ein neues Zuhause zu finden. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell ist unser Land schon lange durch das geprägt, was viele Menschen unterschiedlichster Herkunft hier einbringen und beitragen. Das bereichert uns als Gesellschaft und das ist nichts, was uns Angst machen muss. Zweitens, der Kern einer modernen Einwanderungspolitik ist Klarheit, klare Chancen und klare Regeln. Alle, die neu zu uns kommen und alle, die schon hier sind, müssen wissen, woran sie sind, was sie erwarten können und was wir auch von ihnen erwarten. Darin orientieren sich alle unsere migrationspolitischen Vorhaben. Mit dem Koalitionsvertrag haben wir uns das Ziel gesetzt, allen Menschen, die nach Deutschland kommen, von Anfang an Integrations- und Teilhabechancen zu ermöglichen. Ein Jahr später, am 31. Dezember 2022, ist das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft getreten und das ist ein echter Meilenstein. Zugleich ermöglichen wir allen, die Asyl beantragen, den Zugang zu Integrationsmaßnahmen ganz gleich, wo sie herkommen und welche Bleibeperspektive sie haben. Und auch das ist ein echter Perspektivwechsel, den wir in diesem ersten Jahr schon erreichen konnten, meine Damen und Herren. Weil es aus meiner Sicht der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe ist. Das Chancenaufenthaltsrecht ist dabei auch eine Brücke. Es bietet geduldeten Menschen, die schon lange in Deutschland leben, die Chance auf einen Weg aus der Duldung heraus in einen rechtssicheren Aufenthalt. Sie bekommen die Chance, innerhalb von 18 Monaten die notwendigen Voraussetzungen für einen weiteren legalen Aufenthalt zu erfüllen. Gut integrierte junge Menschen können sogar schon nach drei statt bislang vier Jahren in Deutschland die Möglichkeit für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten. Wir geben ihnen damit die Chance und auch die Zuversicht, dauerhaft dazuzugehören. Das Chancenaufenthaltsrecht ist das Ende der Kettenduldung und damit auch das Ende der Unsicherheiten, die damit verbunden waren. Für die betroffenen Menschen war das eine Riesenbelastung, aber auch für die Behörden war, ich glaube Frau Hirseland, das kann ich sagen, es ist auch eine Belastung, die wir dort weggenommen haben. Und übrigens viele mittelständische Unternehmen, die gut integrierte Menschen gerne dauerhaft anstellen wollten, haben sich auch bei uns gemeldet und gesagt, warum ändert ihr das nicht endlich, das haben wir jetzt getan. Und ich glaube, das ist wirklich allerhöchste Zeit gewesen, dass wir das geändert haben und so schnell auf den Weg gebracht wurde. Und ich möchte sie dazu ermutigen, diese Chancen aus diesem Gesetz jetzt auch wahrzunehmen. Meine Damen und Herren, die Gewissheit dazu zu gehören, ist einer Einwanderungsgesellschaft wie unserer essentiell. Ich möchte, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland sich willkommen und dazugehörig fühlen. Ende 2021 leben rund zehn Millionen Menschen mit ausländischem Pass in Deutschland, fast sechs Millionen bereits seit über zehn Jahren. Sie alle können unser Land nicht mitgestalten, obwohl sie hier schon so lange zu Hause sind, weil sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie dürfen nicht wählen und sie dürfen nicht für öffentliche Ämter kandidieren. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist die Voraussetzung für vollständige Teilhabe in unserer Gesellschaft. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das diese Koalition jetzt gerade auf den Weg bringt, bringt endlich diese Chancen nach vorne, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, dass Sie diesen Weg auch positiv begleiten wollen. Das Kernelement unserer Reform ist, dass wir mehr Staatlichkeit zukünftig akzeptieren. Denn es ist falsch, Menschen dazu zu zwingen, ihre alte Staatsangehörigkeit aufzugeben, wenn sie die deutsche beantragen wollen. Für viele ist das ein schmerzhafter Schritt, der ihrer persönlichen Geschichte und Identität keinesfalls gerecht wird. Wer Ja zur deutschen Staatsbürgerschaft sagt, sagt auch Ja zur Achtung des Grundgesetzes. Ja zur Rechtsstaatlichkeit und Ja zur Gleichberechtigkeit von Mann und Frau. Dieses Bekenntnis ist entscheidend und nicht die Frage, ob jemand eine oder mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, meine Damen und Herren. Zusätzlich schaffen wir mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht Anreize für Integration. Menschen, die ein qualifiziertes Aufenthaltsrecht haben, sollen künftig nach bereits fünf Jahren eingebürgert werden können, statt bislang auf die langen acht Jahre zu warten. Wer besonders gut integriert ist, kann diese Zeit auf drei Jahre verkürzen. Wer zum Beispiel gut Deutsch spricht, in der Schule oder im Beruf herausragende Leistungen erzielt oder auch, und das ist mir persönlich sehr wichtig, sich ehrenamtlich in unserer Gesellschaft engagiert. Auch das ist ein Kriterium und das ist aus meiner Sicht eine der größten Integrationsmaßnahmen, die wir dort mit diesem Gesetz jetzt neu vorhaben, meine Damen und Herren. Mein Ziel ist außerdem, dass sich auch alle in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern künftig vorbehaltlos die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und auch behalten können, wenn ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Ich will, dass sich Kinder und Jugendliche nicht mehr gegen einen Teil ihrer Identität entscheiden müssen, auch wenn es hier in der Koalition, das muss ich leider sagen, noch etwas Diskussionsbedarf gibt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da endlich eine Lösung finden, denn damit würden wir eine enorme Last von den Schultern der Kinder und Jugendlichen nehmen und das wäre mehr als gerecht, wenn wir das auf den Weg bringen. Besonders wichtig ist mir, dass wir mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht auch die Lebensleistung der sogenannten Gastarbeitergeneration anerkennen. Diese Menschen sind in den 50ern und 60er Jahren aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei hierher gekommen. Sie haben unser Land entscheidend mit aufgebaut und damals keine Integrationsangebote erhalten. Ihre Kinder und Enkelkinder sind in Deutschland geboren, sind Wissenschaftlerinnen, Unternehmer oder Erzieherinnen. Und dennoch können viele aus der ersten Gastarbeitergeneration bis heute ihre Heimat hier nicht vollständig mitentscheiden. Sie können sie gar nicht mitgestalten. Wir erleichtern deshalb ihre Einbürgerung, indem wir auf schriftliche Sprachnachweise und den Einbürgerungstest verzichten. Denn sie haben in unserem Land bereits jetzt herausragende Leistungen erbracht und das wollen wir mit dem Gesetz auch würdigen, meine Damen und Herren. Mein Ziel ist, dass wir im März die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ins Kabinett bringen und daran, liebe Riem, lieber Sebastian Hartmann, arbeiten wir mit Hochdruck. Ich habe es bereits zu Beginn gesagt, unsere gesetzlichen Regelungen in Deutschland sind viel zu bürokratisch und sie bauen hohe Hürden für qualifizierte Menschen auf, die nach Deutschland kommen, hier leben und arbeiten wollen. Diese fehlende Willkommenskultur ist aber nicht nur ein Problem für die Menschen, die zu uns kommen wollen, sondern sie ist für unsere ganze Gesellschaft als Ganzes und vor allen Dingen auch für unsere Wirtschaft ein großes Problem. Der Mangel an Fachkräften ist mittlerweile für uns alle spürbar. Wenn die Kita die Betreuungszeiten einschränken muss, wenn das kaputte Dach nicht sofort repariert werden kann und da wird es nicht ungefährlich, wenn wir im Krankenhaus keine Pflegekräfte mehr haben oder Ärzte fehlen, um Notfälle zu versorgen. Klar ist, wir brauchen mehr Zuwanderung, um unseren Fachkräftebedarf, unseren Arbeitskräftebedarf zu decken. Ohne diese Zuwanderung wird es nicht gehen. Wer das nicht wahrhaben will, gefährdet den Wohlstand in unserer Gesellschaft. Wir müssen auch wirklich uns ehrlich machen, Deutschland ist für ausländische Fachkräfte nicht das Top-Ziel. Wenn sie die Wahl haben, entscheiden sie sich eben eher für andere Einwanderungsländer wie die USA, Kanada oder auch andere europäische Staaten oder auch Großbritannien. Wir stehen mit diesen Ländern im Wettbewerb um die besten Köpfe. Um attraktiver zu werden, müssen sich Fachkräfte aus dem Ausland bei uns willkommen fühlen und da haben wir leider noch viel Luft nach oben. Wir wollen, dass ausländische Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und hier durchstarten können. Ende November hat das Kabinett deshalb Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung bereits beschlossen. Und man kann mit Recht sagen, damit befreien wir das Einwanderungsrecht von Misstrauen und Bürokratie und wir schaffen das modernste Einwanderungsrecht, das Deutschland jemals hatte, meine Damen und Herren. Wir wollen die Bedingungen für Fachkräfte verbessern, die schon bei uns sind, indem wir ihnen schneller einen unbefristeten Aufenthalt gewähren. Den Familiennachzug wollen wir unterstützen und auch einen Jobwechsel möglich machen. Wenn Menschen Berufserfahrung oder persönliches Potenzial mitbringen, wollen wir es ihnen ermöglichen, sich in Deutschland weiter zu qualifizieren und auf unserem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dafür führen wir ein transparentes Punktesystem ein. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass der entsprechende Gesetzesentwurf in den nächsten Wochen vom Kabinett beschlossen wird. Mein Haus und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben dazu schon umfangreiche Vorschläge erarbeitet und die schon in Gesetzeskraft quasi geflossen sind. Also die Gesetzentwürfe sind fertig und auch die Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Wir sind in den letzten Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Es wird Sie nicht verwundern, dass es hier zu intensive Diskussionen in der Bundesregierung gibt. Das ist auch gut so, denn nur so finden wir die bestmöglichste Lösung für unser Land. Zum Beispiel bei den Kriterien, die im künftigen Punktesystem berücksichtigt werden sollen. Ich bin sehr zuversichtlich und ich glaube, Sebastian Hartmann mit mir gemeinsam, dass wir das schnell auch umsetzen können. Neben der Einwanderung von Fachkräften wird es aber auch in Zukunft viele Menschen geben, die nach Deutschland flüchten und hier Schutz suchen. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist 2022 stark gestiegen. Schwierig ist das vor allem deshalb und ich will das auch ansprechen, was dieser Tage diskutiert wird. Ich bin froh, dass wir einen Oberbürgermeister Pettlasen gewinnen konnten, heute hier zu sein, um uns das miteinander auch zu diskutieren. Zu schauen, wie wir das gemeinsam stemmen und da wollen wir die Kommunen nicht alleine lassen, meine Damen und Herren, weil das eine gemeinsame Kraftanstrengung ist, es hinzubekommen und es geht vor allen Dingen darum, eine Million Geflüchtete aus der Ukraine hier aufzunehmen und dazu andere Schutzsuchende aus der ganzen Welt, wo auch Krieg und Verfolgung an Leben und Leib ist. Und das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden, meine Damen und Herren. Und gerade deshalb habe ich gestern die Kommunen erneut zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen mit ganz praktischer Hilfe, wo auch meine Kollegin Klara Geiwitz anwesend sein wird, um nochmal zu gucken, ob wir mit Unterkünften sehr praktisch nochmal anders unterstützen können. Außerdem ist es gerade mit Blick auf diese schwierige Situation wichtig, dass wir Asylverfahren schnell, fair und rechtssicher sind. Dafür sorgen wir mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Asylgerichtsverfahrens und der Asylverfahren, das im Januar bereits in Kraft getreten ist. Wir beschleunigen die Asylgerichtsverfahren und vereinheitlichen Rechtsprechungen. Zusätzlich haben wir eine behördenunabhängige Rechtsberatung eingeführt, die sich insbesondere an queere und andere verletzliche Personengruppen richtet. Und das war auch überfällig, meine Damen und Herren. Schließlich haben wir noch die Regelüberprüfung bei Widerrufs- und Rücknahmeverfahren nur noch anlassbezogen zur Überprüfung. Dadurch entfallen über 15.000 Prüfungen pro Jahr. Liebe Frau Hirseland, das soll dem BAMF zusätzliche Kapazitäten geben, die wir, glaube ich, für die Asylverfahren gut nutzen können. Zu einer neuen Klarheit in der Migrationspolitik gehört aber auch deutlich zu sagen, es gibt Menschen, die nicht hier bleiben können. Das gilt insbesondere und das will ich auch anlässlich des furchtbaren Vorhabens von Vorgangs in Brockstedt sagen und nicht verschweigen an einem solchen Tag für Gefährder und Straftäter. Aber auch für Menschen, die abgelehnt wurden und die Voraussetzungen für ihren Aufenthalt nicht erfüllen. Deshalb stärken wir die konsequente Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Mit dem früheren NRW-Integrationsminister Joachim Stamp habe ich einen erfahrenen Sonderbevollmächtigten gewonnen, der neue Migrationsabkommen mit Herkunftsstaaten schließen wird. Diese Abkommen, und das ist mir nochmal besonders wichtig zu sagen, bei diesen Abkommen geht es vor allen Dingen darum, dass wir, und ich finde da haben wir sehr viel Nachholbedarf in der Bundesrepublik, legale Fluchtwege schaffen für Menschen, die wirklich an Leib und Leben bedroht sind, die sich nicht auf lebensgefährliche Routen begeben sollen und vor allen Dingen nicht auch in lebensgefährliche Schleuserhände, meine Damen und Herren. Dem müssen wir endlich ein Ende bereiten. Aber ja, es geht mit den Migrationsabkommen auch darum, dass Länder diejenigen, die nicht hierbleiben können, auch tatsächlich zurücknehmen. Wir haben das mit Indien vor kurzem geschlossen, ein solches Abkommen, und das funktioniert auch wirklich gut. Migrationsabkommen sind nun mal für uns ein wichtiger Bereich, und ich sage das auch gerade dieser Tage angesichts der Diskussion, das ist für mich das Mittel der Wahl und nicht andere Verfahren, die gerade in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Auf europäischer Ebene konnten wir im vergangenen Jahr große Fortschritte erreichen, obwohl das immer wieder negiert wird und gesagt wird, das dauert doch so lange. Nein, ich werbe sehr dafür, dort auch hinzugucken, was wir erreichen konnten unter französischer Ratspräsidentschaft, dass wir einen bedeutenden Schritt im Hinblick auf ein gemeinsames Asylverfahren vorangekommen sind und wir einen freiwilligen Solidaritätsmechanismus uns geeinigt haben, wie wir die Mittelmeerländer auch aktiv unterstützen können, wir aber auf der anderen Seite auch für mehr Sicherheit bei der Frage, wer reist bei uns ein, gewährleisten können. Unser Ziel ist und bleibt aber ein dauerhafter Solidaritätsmechanismus in der EU. Wir stehen zu unserer Zusage, in diesem Rahmen 3.500 aus Seenot gerettete Personen aufzunehmen. Damit wir hier weiterkommen, müssen alle Mitgliedstaaten, aber auch das Europäische Parlament Kompromissbereitschaft zeigen. Ich werde jedenfalls an diesem Weg nicht lockerlassen und ich habe wirklich große Hoffnung, dass wir gegen Ende des Jahres viel erreichen werden, spätestens wenn Spanien die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr übernehmen wird. Meine Damen und Herren, wir wollen Menschen, die hier bei uns in Deutschland leben und arbeiten wollen, mit Wertschätzung und Anerkennung begegnen, ganz gleich woher sie kommen. Diese Haltung prägt uns als Ampelkoalition, diese Haltung prägt alle Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker und wer sich gut integriert bekommt die besten Chancen, wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt sie aber auch nicht. Damit schaffen wir klare Perspektiven für alle. Ich bin zuversichtlich, dass es ein Weg ist, der das Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärkt, denn diesen Zusammenhalt brauchen wir gerade jetzt in Zeiten eines Krieges mitten in Europa mehr denn je. Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Weg mit Ihnen allen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.